Hallöchen, ich bin's Miri von Fettspielen.de und ich begrüße euch zu unserem sechsten Livestream auf Twitch-TV von Movistar Plenne. Klick mal auf den Bildschirm. Achso, sorry. Dann sehen die Leute hier nicht ins Bett. Ja, Tim ist auch da, wie ihr sicherlich eben mitbekommen habt. Und ja, das ist Tim. Und ich werde jetzt mal als erstes auf mspfans.de gehen in das Forum. Und zwar werde ich dir jetzt ein neues Forum oder ein neues Thema anmelden. Gott, ich hoffe, ich weiß mein Passwort. War das richtig? Nein, oh Gott. Das wäre jetzt ein bisschen doof, wenn ich das nicht wüsste. Ah, ich habe es doch. Nein, möchte ich nicht speichern. So, und dann gehe ich bei YouTube rein und... Ach ja, hier haben wir schon welche eigene erstellt, aber ich werde jetzt bei Let's Play Movistar Plenne mit Miri ein neues Thema erstellen. Und zwar Twitch-TV-Livestream. Den wieviel haben wir heute? Am 22.04.2015, 16 bis 17 Uhr. So, hier bitte eure Wünsche reinschreiben. Ja, so, und ich werde das jetzt teilen mit euch und ich hoffe, ihr macht das mal. Absenden. Zack. Und lasst die Spiele beginnen. Du kannst dir das mal in deinem Daily Business machen. Ja, das mache ich jetzt auch. Ah, genau. Ich habe übrigens versprochen, ich werde meinen Status heute ändern. Ich mache gerade einen Livestream auf Twitch. Das wird bestimmt wieder gehashtaggt. Seid dabei. Oder ich lasse es so. Ja. Ha, Mist. Ja, aber ich hoffe, ihr schaut mal rein bei Twitch-TV. Ja, macht das, macht das. Ich habe nämlich versprochen, dass ich meinen Status ändere. Das hat jemand vorgeschlagen und dann habe ich gesagt, das mache ich heute extra null für sie. Ich weiß leider nicht mehr, wie sie heißt, aber ich mache es für dich. Ich soll dir sagen, du bist so hübsch. Dankeschön. So, dann machen wir mal ein Fame-Booster an. Oh, Fred ist auch im Chat. Er ist auch hübsch. Oh, Fred ist auch im Chat. Sag ihm auch mal, er ist hübsch. Fred, du bist auch hübsch. Du bist ein wunderschöner Mann. Uh, bei mir ist alles schwarz. Ja, könnt ihr uns denn hören? Bei mir ist alles schwarz? Nein, man sieht mich doch, oder? Ja. Ich glaube schon. Also, ich sehe mich. Das würde ich mal hoffen. Ja, ich denke schon. Okay, so, Fame-Booster ist aktiviert und jetzt werde ich mein Fame-Magazin lernen. Das kannst du dir übrigens auch merken, Fred Fred. Wenn du den Fame-Booster aktivierst, dann kriegst du nämlich doppelt Fame und kannst dein Fame-Magazin lernen und das VIP-Sparschwein. Das hat mir auch jemand verraten, also ich wusste das auch nicht. Das war aber ein guter Tipp und jetzt werde ich das mal hier alles einsammeln und die Fame-Rakete ab auf den Movistar Planet schießen. Ja, da fliegt sie weg. Jetzt bin ich mal gespannt, wie viel Fame das gibt. Jetzt wird noch das VIP-Sparschwein geplündert. Klappt das bei dir, Tim? Ja, das Problem ist, dass hier der Computer, an dem ich arbeite, sehr, sehr, ja, macht mir Probleme. Tja. Aber ich bin bei euch. So. Soll ich Movies-Tabland spielen? Ich habe ja auch noch nicht mal angefangen. Ich mache mal noch eine Runde Geschenke auf. Was war das denn, Tim? Das war's. Wolltest du deinen Atem testen? Ja, diesmal stinke ich nicht nach Kobloch. Guck mal, spezielle Grüße. Ja, heute stinke ich nach. Pupsi. Pupsi 003. Pupsi ist das Schwein von Lillifee. Die ist pink. Das haben wir schon gesagt. Sie hat eine pinke Hautfarbe. Pinken Tear. Ja, cool. Danke für die speziellen Grüße, Pupsi. Wir werden gefragt, ob wir Bäume mögen. Bäume? Kann man fällen und kann man schöne Möbel draußen bauen. Und schöne Boden. Schönes Laminat und so. Okay, schauen wir doch mal hier bei den Geschenken. Du sagst nur Bescheid, wenn du bereit bist. Du musst auf mspfans.de gehen. Was ihr übrigens auch machen solltet. Süße Mausi Lena 10. Ich soll sagen, Niri ist eine Pimp, 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 Pimp. Ist aber nett. Ich sag's nur nicht, weil's vielleicht offensive ist. Was? Ja, okay. Das lassen lieber solche Ausdrücke. Ja, hier gibt's schöne Armbänder. Dankeschön von Süße Maus. Der Name ist nicht ganz gelesen. Easy Breezy Top gibt es von Nur Cool. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Black Paradise. Boah. Da gibt es coole, graue Chucks. Kids Club 1, 2, 3. Oh, lecker. Einen roten Cocktail. Chihuahua 7, 8. Schocktels for you. Und zu krass. Schenkt mir ein Safer Internet Day. Oberteil 2015. 15. Vielen Dank für eure Geschenke. Tim. Ja, ich bin doch schon dabei. Ich suche mir... Ich. Ich. Suche mir jetzt mal selbst jemanden raus. Das Problem mit dem Computer ist nicht so schnell. Ich hätte hier Hotgirl 827. Let's Play Movies der Planet. Mach doch, mach doch. Twitch-Leisting. Ich hab was. Hier, guck mal. Ich hab jetzt was. Okay. Hotgirl 827. Ein Look. Hotgirl... Oh, Moment. Hotgirl 827. Hätte gern einen Look. Okay. Level 19 VIP. Und ein Look. Zack. Schaffe einen neuen Look. Oh, Aura Kitty ist da, soll ich sagen. Hallo, Aura Kitty. Ja, genau. Sollen wir euch mal ein paar Leute vorlesen? Oh Gott, die hat einen Stock im Haar. Woo. Wo ist die denn rumgetrieben? Wo hat die sich denn rumgetrieben? Emma MSP ist zum letzten Mal hier. Naja, das kann man nicht ändern. Was? Warum das denn? Weiß ich nicht. Vielleicht ist sie beleidigt oder so. Emma MSP, was ist denn da los? Ja, echt? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Hui. Das sieht ja auch schick aus. Oder die hier. Oh ja, die sind toll. Die nehme ich. Oh, hier so ein Monster-Oper-Teil. Wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn? Ein schicker Pulli? Nee, das ist ein Monster-Oper-Teil. Finde ich ganz gut. Tim hat immer so gute Laune. Er singt immer so viel. Oh, das ist auch gut. Oder so ein Eis. Oh ja. Hier so ein blaues Ober-Teil. Das finde ich auch nicht schlecht. Ich mag ja dieses Blau besonders gern. Oder so ein Schwarz-Glitzer. Ich kann mich gar nicht entscheiden. Du hast so viele schöne Sachen. Oh, was war das? Was war das? Das hier. Nein, doch nicht. Doch nicht. Doch nicht. Die Dünne suchen in der Luft. Nein, ich nehme das vom Anfang. Das Monster-Oper-Teil. Dann mache ich dir ein Monster-Look. Monster. Du bist ein Monster. Ja, wo, wo, wo. Live-Trink-Twitch hier, ne? Ja. Nee, ich kenne das wieder mal nicht. Ach, Tim. Movie Star und dann? Nein, let's play Movie Star Planet mit Miri. Oh Mann. Ist doch logisch. Aber ist doch, let's stream hier. Ja, und dann da. Okay, ich hab's. Genau. Du hast es. Ach, guck mal hier mit so einem Schwänzchen. Wir nehmen mal die weiße Hose, glaube ich. Nehmen wir die weiße Hose? Ja, wir nehmen die weiße Hose. Oder? Ja. So, jetzt räumen wir noch Schuhe und ich muss mal einen Schluck trinken. Ja, trink mal besser was. Ich hab schon jemand jetzt fürs Nächste. 50. Nehmen wir mal die weißen Charts. Und hier noch. Oh ja, das passt doch. Das ist doch so. Super. Nee, die passen nicht. Aber die Armreife sind schön dazu, finde ich. Was gibt's hier noch? Oh ja, die lass ich mal. Sieht man sowieso nicht. Aber egal. So, mein Look ist fertig. Ja. Und das ist jetzt natürlich mein Monster-Look. Oh, spezielle Grüße von LOL, Lolli, Herzchen. Vielen Dank dafür. Oh, komm, ich bin wieder. Ja. Abgestürzt. Zack. Tim hat hier Probleme. Wen haben wir denn als Nächstes, Tim? Ja, kann ich jetzt nicht mehr sagen. Du hast abgestürzt. Okay, dann such ich mir jemanden raus. Ja, ich hab aber schon rausgesucht hier. Wen hast du rausgesucht? Und zwar runter, 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 runter. Warte, warte. Oh, du bist zu schnell. Geh mal hoch. Du guckst so langsam. Hoch. Hier, Artbook. Hier, das da würde ich doch nehmen. 2004 nicht so. Nein. Nicht? Nein. Warum? Hier, Freundschaftsanfrage. Heißt sie auch so? Ich würde mich so über eine Freundschaft von Merlia Schmetterling... Ich denke, Freundschaftsanfragen machst du nicht. Doch, inzwischen wieder, weil ich bin ja letztes Mal Level abgekommen und ich habe davor noch neue Freundesanfragen offen gehabt. Okay, okay. Und deswegen jetzt schicke ich wieder ein paar Freundschaftsanfragen raus. Oh, ein bisschen krass. Ja. So, Merlia Schmetterling hat eine Freundschaftsanfrage bekommen. Was geht jetzt hier? Kriegt meine Freundin Kieshohn einen Look? Nein, sie soll bitte selbst schreiben. Bitte eine FA und meine Bio schauen. Das machen wir doch mal hier. Das ist so schön. Ja, FA und Bio. Das können wir erledigen und Biografie schaue ich mir auch immer gern an. So, erstmal eine FA. Oh, sie macht hier Selfies. Das ist ja meine coole Animation. Guck mal. Sie macht Selfies von sich. Jetzt sieht man es nicht mehr, aber gleich sehen wir es, glaube ich, noch mal. Sehen wir es gleich noch mal? Oh, hier, Fett Miris Live hat sie auch geschrieben. Cool. Spezielle Grüße. Ach, guck mal hier, wer wieder da. Da ist die Mara 3344 Ersatz. Vielen Dank für deine speziellen Grüße. Und ich finde es auch mal toll, dass du das im Livestream und beim Fame machst, wenn ich meinen Famebooster anhabe. So, ich werde erst mal ein Love It vergeben. Fett Miri ist live. Coole Sache. Vielen Dank. Ja, hier. Oh, sie hat das ganz oft gepostet. Alles Love, 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 Love It. Love It. Ja, Biografie. Jetzt weiß ich es wieder. Ich bin Nina 1660. So, ich muss jetzt erstmal hier den Ton ausschalten. Augenfarbe blau. Haarfarbe brown. Oh, cool. Look hast du hier. Also rot und weiß. Lieblingsfächer Französisch und Mathe. Lieblingsmusikerin Sia und Lord. Kennst du Sia und Lord? Kenn ich auch nicht. Ach, Sia. Doch, das ist glaube ich so eine deutsche Band. Ja. Elastic Heart von Sia. Das wird wahrscheinlich auch hier gerade abgespielt, oder? Ah, ich weiß es nicht. Lieblingstier Schildkröte und Pferde. Wow, okay. Schildkröte. Gut, oder? Ja. Mara 333. Viel, viel Ersatz. Schon wieder. Danke. Das geht heute so weiter, ne? Du machst einen richtigen Marathon, legst du hier hin. Mit speziellen Grüßen. Finde ich super. Vielen Dank. Hobbys, tanzen und turnen. Lieblingsessen, Ente mit Nudeln. Irgendwie hat sich das so voll, ich weiß nicht. Ente mit Nudeln. Ja, aber nicht so tierfreundlich irgendwie an. Nee, ist doch nicht so schön. Dann schreibt sie Ente mit Nudeln. Die gute Wurzahnen. Ja, das ist der Lieblingsfilm. Lieblingsmovistar, Kurzfilme. Lieblingsbuch, Greggs Tagebuch. Lieblingsyoutuber, Fettmieri. Und... Miri. Kennst du nicht? Nee. Bin? Sorry, ich musste gerade husten. Ja, ist komisch. So, ich darf jetzt nur machen. Es wurde gewünscht. Warum du schon wieder? Jetzt lass mich, Katzenfee 5, möchte den Look in Tim machen. Okay. Ja. Die Bienensummen in der Look. Ich lese mal ein paar Namen. Schon wieder von Merilia. Merilia Schmetterling, da habe ich doch gerade eine Freundschaftsantfrage geschickt. Das ist ja awesome. Sieht man mich. Hast du den Famebooster aktiviert? Ja, klar. Siehst du, also nicht da oben an der Regenbogenleiste? Oh ja, das ist der Hammer. Katzenfee 5. Ja, das wird dann die da hier sein. War auch Bilder von mir zu machen. Ich habe so viele falsche Kameras. So, wo mache ich jetzt? Ist das hier Katzen... Chicken Fred? Ja, das wird sie schon sein, ne? Katzenfee... Nee, da ist Katzenfee 5 und MSP ist dumm 10. Das ist ihr völlig ständiger Name. Siehst du ja? Sie hat Katzenfee 5, bitte? Ja, dann schau mal auf der nächsten Seite. Da unten links ist sie doch. Guck mal. Ah, okay, das wird sie sein. Ja. Oh, hier, schon wieder was. Huch. Oh, Melia, Schmetterling, vielen Dank. Oh, so, wo mache ich nochmal einen Look jetzt hier? Ich klicke auf... Auf was klicke ich für den Look? Hilf mir! Du musst jetzt erstmal auf das Profil. Das? Genau. Ah, okay. Mein Profil öffnen. Und dann klicke ich... Dann oben rechts, neben YouTube-Links. Da? Ja. Oh, ich schaffe einen neuen Look. Ich mache dir einen Look. Oh, yeah. Oh, yeah. Ich mache einen Look. Oh. Also, ich gehe nochmal nach Hause, ne? Wenn Tim hier weitermacht. Oh, du hast... Das gefällt mir hier, wie du angezogen bist. Sehr schön. Du musst sie aber komplett ausziehen. Die Haare weg. Die Glitzer. Mach ich doch. Schminke. Mekka. Mach ich doch. Ich kenne mich doch schon aus. Armband. Armband. Ähm. Jetzt habe ich alles weg, oder? Luna 7. Hallöchen. Oh, hier heißt jemand Fettspiele. Guck mal, die geht aber nicht ab, die Schminke hier. Das geht auch nicht. Ne, die geht auch nicht ab. Okay, dann fange ich mal an. So, dann fangen wir an mit... Du bist so cool, Flick. Tim, du wusstest schon letztes Mal nicht, wie man einen Look macht. Ne, ich kann mir auch sowas nicht merken. Ist ja auch nicht schlimm. Bananenkostüm? Ne, das mag ich nicht. Huhu, 9, 9, Unterstrich. Hallöchen. Wolfblut, MSP. Herzlich Grüße an Sunny, Sunny, Love, Miri, Emma, MSP und Snoopy, mein Frechdatz, MSP. Du musst ein bisschen näher kommen. Man packt mich doch. Meinst du? Ja. Oh, das finde ich gut hier. Oh, nee, das gefällt mir. Hallo Luna 7. Schon wieder Mara. Rexa von MSP, XXX, okay, das konnte ich jetzt nicht so schnell lesen. Chilt Coffee Latte. Hallöchen. Hallöchen. Mallory, liebe Grüße an Mr. Mobile Fan, Lara Herde, Mia0151, Funny Girl, die XD. Okay. Mia aus MSP, Mia0151, habe ich glaube ich eben schon vorgelesen, Sandy-MSP, Mira loves MSP, Manny 0808 Katzenbock 2001, Jolie MSP, Miri. Schon wieder spezielle Grüße kommen hier rein. XXX, C, I, C, I, XXX. Oh, das ist hübsch. Lara in Style, was für einen witzigen Namen. Sassi 0610, Nina 1660, ja, die habe ich ja eben dran genommen. Ja, ähm, habe ich noch jemanden vergessen? Nee. Was ist denn eigentlich mit euren Freunden los? Sagt dir mal Bescheid, ruft die mal an. Mein Look ist fertig. Die soll mal online kommen. So. Okay, ich muss wieder weg. Und hier von deinem Tim. Ist das schön? Ja. Sehr schön. So, ich bin wieder in the house. Ja, dann mache ich mal weiter. Tim, ich brauche dann noch gleich neue Aufträge. Ja, hier. Und zwar nimmst du jetzt, ähm... Weißer, schwarzer Hippie. Ich mache mal eine Runde Geschenke in der Zeit, wo du suchst. Hier, ich will das Bio gucken. Achtung, wir haben hier Paris 12 Dry Dry. Okay, komm, mach, mach, mach. Spezialgrüße von Melilla Schmetterling. Ja, da kam ich 5. Dankeschön. Was, echt? Ja, ja. Verrückt, coole Sache. Danke. Ähm, Ariana Love Girl schenkt mir cute basic skirt in pink. Und It's So Sweetie einen Stripey, einen gestreiften Stripey. Noch was. Und Tanzmariechen 12. Oh, lecker! Ein Marzipankuchen, wie geil das ist. Ich liebe Marzipan. Oh, ich mag Marzipan nicht. Ich liebe Marzipan. Ich mag Mozartkugeln. Ich mag Marzipankugeln. Heißen die Marzipankugeln? Ich mag auf jeden Fall Marzipan. Ähm, ja. Dann Blue... Zat, 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 zat. Ein Rockstar Fever Frisur. Vielen Dank dafür. Und Lulul 1212. Schenk mir diese. Ich soll dich fragen, wann das nächste Let's Show kommt. Das nächste Let's Show. Das wurde ich letzte Woche auch schon gefragt. Das nächste Let's Show geht immer Samstag online. Samstag, ich glaube 18 Uhr, ne? Okay, gut. Ich glaube 18 Uhr Samstag. Ich hoffe, ihr habt doch das letzte gesehen. Das war ja wirklich sehr witzig und amüsant. Da hatten Freddy und ich sehr viel Spaß. Hast du das auch gesehen, Tim? Nein. Liebe Grüße an Stefan. Hier ist das. Und an dieser Stelle möchte ich auch gerne Stefan grüßen. Ja, so. Hast du jetzt jemanden oder muss ich mir jemanden rausholen? Ja, ich habe jemanden. Natürlich. Und zwar Harry Edward Stiles. Also Harry gibt es einen. Die hatte ich glaube ich schon mal. Harry. Ihn. Nee, ich glaube es ist eine Sie. Nee, Auseinander. Auseinander. Harry. Edward. Stiles. Und dann Ersatz ist es. Ersatz. Ja, der ist es, der Ersatz. Warum immer dieses mit dem Ersatz? Ja, das ist, wenn die machen sich... Zwei Klammern jeweils. Wo? Ja, da noch eine Klammer. Und ja, der Unter. Genau, der ist es. Ja, ganz genau. Oder Eins noch der. Nein, ganz sicher der. Sie? Ja. Nicht ein Ernst. Nein, hier sind zwei Klammern. Ein Look oder die Bio. Okay, dann schauen wir mal die Bio an. Oder Weiß. Such schon mal jemanden nächsten raus. Vielleicht ein Wunschlussgeschenk oder sowas. Oder eine Freundschaftsanfrage. Oder ein Artbook. Ich bin Diana. Herzchen. Lieblingstier? Katzenherzchen. Lieblingsfilm? This is us. One D. Okay, kenne ich auch nicht. Lieblingsessen? Tacos. Ja, das ist eine gute Idee. Da denkt man gar nicht dran, wenn man das immer angeben muss. Spezielle Grüße von Elida. Cool. Eins, zwei, drei. Das finde ich echt cool, Elida. Vielen Dank dafür. Für die speziellen Grüße. So. Dann machen wir weiter. Lieblingsmovistar? Justin. Learchen. Jamila. Achso, Justin, Herzchen, Learchen und Jamila. Hobbys? YouTube machen und singen. Wow, du kannst singen. Wir nicht so, ne? Nein, nein, wir nicht so. Lieblingsserie? The Big Bang Theory. Lieblingsbuch? So, Miris Lieblingsserie. Ja. Ich habe das, glaube ich, einmal oder so gesehen und auch einen Ausschnitt davon. Aber ich bin sowieso nicht so jemand, der Serien guckt. Also ich gucke nicht. Ich gucke eigentlich nur die Geissens, wie ich schon mal erzählt habe. Aber die gibt es jetzt auch nicht mehr, denn am Montag war die letzte Folge von den Geissens. Erstmal bis September. Und jetzt bin ich ganz traurig. Aber ich habe spezielle Grüße von Elida Cool 1, 2, 3 bekommen. Vielen Dank dafür. Übrigens wisst ihr, was mir heute passiert ist. Das muss ich jetzt noch aufklären. Ich habe nämlich heute beim Mittagessen, ne? Habe ich mich sowas von vollgekleckert. Da. Zeig es. Aber ich hoffe, man sieht das nicht mehr. Ich habe es versucht, so ein bisschen wegzumachen. Also falls ihr denkt, die hat doch einen Fleck auf dem Oberteil. Ja. Ich weiß. Lieblingslied Little Things. Augenfarbe braun in echt. Lieblingsband One Direction. Oh, die kenne ich sogar mal ausnahmsweise. Lieblingsyoutuber Fat Miri. Fat Fred. Ich liebe euch. Woo. Coole Sache. One Direction, Herzchen, Second of Summer. Ja, coole Biografie. Und jetzt machen wir weiter. Ich habe sie ja schon aufgeschrieben. Okay. Yes, Sir. Angel. Oh. Immer mal eine Reise in den Himmel. Angel 106. Wunschlistengeschenk und FA. Ja. So. Kommst du erst mal eine Freundschaftsanfrage, ja? Dass wir das erledigt haben. Und eine Wunschlistengeschenk. Ich schenke dir die Ohrringe. Ja. Ich gebe dir meine. Nein, die habe ich an. Die kann ich dir nicht geben. Da habe ich ja nichts mehr an den Ohren. Nein. Muss ich jetzt neue kaufen. Das geht nicht. Das geht nicht. So. Okay. Dann haben wir. Ach ja. Pupsi. Genau. Von der haben wir vorhin auch spezielle Grüße bekommen. Vielen Dank übrigens nochmal dafür. Das ist sie aber nicht. Tim. Ach mit. Ach so. Sorry. Doppel I. Mein Fehler. Mein Fehler. Ja, ja. Level 16 VIP. Stimmt. Da ist sie. In pink. Gästebuch Eintrag. Ja. Wird sie bekommen. Was schreiben wir ihr denn Schönes? Tim? Was soll ich denn sagen? Du musst das sagen. Okay. Dann. Ich dachte, du wärst jetzt mal so ein bisschen kreativ. Spontan. Lustig. Nee, heute nicht. Hallöchen. Hallöchen. Pupsi. Ich habe eben gepupst. Hier ist irgendwie alle machen was über Pupsen. Ich soll auch Pups machen. Ich hoffe, Tim riecht das nicht. Rosen sage ich euch. Nein, natürlich habe ich nicht gepupst. Wollte das mal ein kleines Witzchen machen. So. Liebe Grüße. Fat Miri. Ups. Vielleicht sollte ich meinen Namen noch richtig schreiben. Wo ist er jetzt? Super High Van. Ach da. Hallöchen Pupsi. Ich habe eben gepupst. Ich hoffe, Tim riecht das nicht. Der beste Gästebruch-Eintrag ever, finde ich. Okay. Ja, im Forum ist jetzt gerade nicht mehr so viel. Was? Ja, du kannst ja auch immer mal so zwischendurch auch im Chat Leute teilnehmen. Ja, das ist nicht so einfach. Und ich schenke mir mal was Neues zu trinken. Ja, mach ich. Und was geht bei euch so? Also Aura Kitty hätte gerne gelobt, aber die kennen wir ja schon. Ich muss ja erstmal meinen Trinken einschränken. Man schenke mir nach, hatte ich ja davor auch. Als Statusmel... Ups. Als Statusmeldung. Mach mal Engels. Oh Gott, ich habe nur noch 97 Diamonds. Shit. Oh Gott, das ist unlesbar. Das ist so schwer, echt. Super High Van. Super High Van. Guck mal hier, ich habe noch eine. Ich habe was. So, ich schaue mir jetzt das Artie an. Das Artie. Den? Das Artbook. Ja, doch. Das Artbook. Und schicke eine Freundschaftsanfrage an Amy Smile. Level 19. Magst du Bananas? Natürlich mag ich Bananen. Tim, Miri soll mir bitte eine FA schicken. Ich heiße Funny Girl XD. So, und jetzt schaue ich mir dein Artbook an. Amy Smile. Ostern. Patrick Star. Chat Fail. Okay, das schaue ich mir an. Das hatte ich interessant an. Schatz, kannst du mir dein Code geben? Willst du mir etwa nachspielen? Dann beruhig dich. Ich wollte nur meine Bilder liken. Please love and come. Nutze Info, er ist nicht mit mir zusammen. Boah. Hä? Ja. Okay, ich schicke dir mal Love It ab. Ich habe es nicht so wirklich verstanden, wenn ich ehrlich bin. Gut. Oder hier nochmal. Oh, guck mal. Pac-Man. Ein Zeichenquiz. Das schaue ich mir auch nochmal an. Achtung. Zeichenquiz. Wer kennt dieses Zeichen? Bitte love and tiny and commie. Danke. Soll das ein WhatsApp-Zeichen sein? Ja. Ach so, stimmt. Telefon. Ja. Ich schreibe mal dazu. Sieht aus wie ein WhatsApp-Symbol. Vielleicht bin ich ja die Erste, die es erkannt hat. Mal schauen. Oh ja, aber... Wurde es bei mir auch? Ja. Wird leider gehashtaggt. Also ein WhatsApp-Symbol, nehme ich mal an. Soll es sein. Ja, Tim ist hier... Kannst du mal der Gute, Böse machen? Mit Leerzeichen. Der Gure. Der Gute, Böse. Ja, ein Look. Ja! Da freue ich mich wieder. Morgen. Ein Mann. Ein Mann. Ein Mann. Ein neuer Mann in meinem Leben. Pupsi-003. Juhu. Vielen Dank für die speziellen Grüße. Spezielle Grüße auch an dich. Pupsi-003. So. Sagen wir mal schnell ein. Zack, zack, zack. Und eine Look. Für einen Boy. Und er scheint alte Sachen zu haben, denn er hat ja alte Sachen Look geschrieben. Bin ich mal gespannt. Oh, das ist cool. Das gefällt mir schon. Ich glaube, ich sollte mir echt mal noch so einen Männer-Account machen. Was hältst du davon, Tim? Ja. Was haltet ihr davon? Ich würde gerne mal einen Mann anziehen. Hör ich? Zieh mich an. Ach, hast du ja schon. Mach ich doch jeden Morgen, Tim. Zieh mich jeden Morgen an. Ganz ruhig. Nein, ich lege ihm eigentlich immer abends seine Sachen raus, damit er weiß, was er dann anziehen soll am nächsten Tag. Sonst weiß ich das einfach nicht. Ja. Stell dir mal vor. Das wäre nicht praktisch. Echt jetzt? Na ja, dann muss ich das nicht mehr selber machen. Alles, was mir abgenommen wird, wäre praktisch. Wenn du da noch kochst abends und mir das Bier bringst aus dem Keller. Ich bestelle eine Pizza. Ist das okay? Oh, ich... Ja, okay. Was ist denn? Das sieht aus, als ob mein Bauchnabel ausgelaufen wäre. Ich habe mich vorhin mit dem Wasser geklöckert ins... Wett, Tücher, komm, Tüsch! Könnte ich jetzt fast machen. Aber das ist genau da, wo der Bauchnabel ist. Ja, aber dann fliegen wir aus Twitch raus. Ne, das möchte ich jetzt auch nicht unbedingt machen. Reicht schon der eine Fleck drauf. Oh, das finde ich auch ganz cool. Mit dieser... Oh, Pupsi, danke! Schick dir einen Pups zu. Da kann man so viele witzige Sachen machen mit diesem... Mit Pupsi? Ja. Pupsige Grüße. Schau mal. So, ein Boxershort kann er ja nicht gehen. Nehmen wir vielleicht... Ah, nee, die Jogginghose passt auch nicht. Wir brauchen auf jeden Fall eine Jeans. Obwohl die Jogginghosen ja echt cool sind, finde ich. Die mag ich. Aber die... Oh, ihr habt keine passende Hose. Doch, das ist die schwarze. Wir nehmen die schwarze. Die ist gut. Und... Weiße Schuhe. Graue... Oh ja, Grau... No. Das ist ein graues Mäuschen. Wir nehmen diese hier. Ja. Miri, mach mal bitte einen Reload, würde ich gesagt. Nein, aber ich weiß nicht. Ein Reload. Das sollte sich nochmal einloggen. Warum? Weiß ich nicht. Das wurde mir gesagt. Warum? Sag mal lieber ein paar lustige Sachen. Ich will ein bisschen lachen. Erzähl mal einen Witz. Einen Witz. Zwei Scheißhaufen spielen Tennis. Ja. Kommt ein Dünnschiss dazu. Fragt, ob er mitspielen darf. Sagen die beiden anderen, nee, ist nur was für harte Jungs. Aber der war gut, den kannte ich auch nicht. Der Einzige, den ich kenne. Ein pinker Cupcake möchte mich knuddeln. Das ist aber lieb von dir. Oh, guck mal hier. Bitte nicht sterben, Tim. Doch. Das ist mein vorletzter Livestream. Ja. Nächste Woche mal ein Neuer. Nächste Woche, apropos, ist er übrigens nicht Mittwoch, sondern Donnerstag, ne? Ja, stimmt, genau. So zur Info. Und ich habe hier... Miri ist jetzt Xbox-Endorser geworden. Hey, klebt das nicht auf meine Haare. Oh, Hupsala, da waren deine Haare. Tim, das tut doch weh, wenn du... Oh Gott, ich lebe das nicht so gut. Nee, ich habe es ja nicht mal festgemacht. Ja, Gott sei Dank nicht. Jetzt habe ich ihre DNA. Jetzt kann ich mir Miri klonen zu Hause. Ja, mach das mal. Ja. Wie Dolly the Sheep. Was haben die mit Furzen? Miri, steh auf und geh furzen. Das ist ja gar nicht so. Vielleicht, weil ich jetzt mit dem Pupsen angefangen habe. Ja, ich glaube auch. 71 Leute. Wow. Schön. So, schauen wir mal. Ich furze nicht, Miri furzt auch nicht. Nein. Heute ist Weltfurztag oder was? Heute ist Furz... Hier haben wir einen furzfreien Tag. Wir haben hier furzfreie Zone, weil wenn wir anfangen zu pupsen, dann würde ich schön. Nee. Nee. So, ja. Also, das was gibt es nicht. Das ist jetzt mein grauer Mäuschen... Graue? Graues Mäuschen. Look. Obwohl der aber cool ist, ja. Also, soll es jetzt nicht schlecht machen, aber mir fällt gerade kein anderer Name ein. Tut mir leid. Der Gute, Böse. Ich hoffe, du bist mir nicht böse, du Guter. Oh, guck mal hier. Pupsi 003. Oh, ich habe schon wieder Pups gesagt. Hör jetzt auf mit dem Pupsen. Ja, ich muss doch den Namen vorlesen. Oh, Miri. Ja. So laut. Ich komme mir einfach nicht mehr zurückhalten. Tut mir leid, der ist mir einfach so rausgerutscht. Ja. Gerutscht. Oh, Döner. Okay. Wen haben wir denn? Hier, mach mal Lili, Lol, Lolli. Die hatten wir jetzt aber auch schon ein paar Mal. Ehrlich? Ja. Die schreibt hier ganze Wände voll. Lili, Lol, Lolli. Ja. Mit Herzchen. Ja, die mischte Look kaufen. Mit Herzchen? Ja. Nee, unten. Ganz normal. Warte. Ach so. Dann hat... Ich glaube, ich weiß gar nicht. Lili, Lol, Lolli. Dann ist sie das hier. Level 14. Warte. Ich kann dir das nicht sagen. Und was wollt sie? Ein Look. Ein Look. Warte, ich guck nochmal, ja? Nicht, dass ich jetzt was Falsches habe. Ja, ich kann ja schon mal anfangen. Wenn nicht, kann ich da abbrechen. Schaffe einen neuen Look. She's got the look. Ach, das bist du. Ich hab gedacht, hier stirbt ein Eichhörnchen. Klar, ich hab's totgewürzt. Jetzt hör auf. Ja, ist sie das jetzt, Lili, Lol? Ich weiß es nicht. Der Chat hängt. Du hängst auch. Ich heiße... Lili... Tim, du bist so sexy. Sexy mit S-E-K-S-Y. Das ist sexisch. Das ist sexy. Sexy und sexisch ist mit Ärger. Jetzt macht ihr einfach einen Look. Wir machen einfach einen Look. Okay. Ich hoffe, du bist das, Lili, Lol, Lolli. Wenn ihr 452, Ausrufezeichen, möchtet ein WLG haben. Das gefällt dir doch, oder? Ja, klar. Da kann ich mir mein Geld ausgeben. 452, Ausrufezeichen, WLG haben. Nein, ich kaufe gerne Sachen für euch. WLG haben. So, das hier ist doch süß. Mit dieser Schleife. Schauen wir mal nach einem Höschen. Ja. Wir haben auch immer in der Schule... Weißt du, dass wir das einmal gemacht haben? Allein! Allein! Ach, die Seite hat sich aufgeregt. Tim, weißt du, was wir in der Schule gemacht haben? Jetzt kommt's. Schweinkram. Nee, wo du eben gerade gesagt hast, du dachtest, ein Eichhörnchen stirbt. Wir haben uns in die Schule... In die Schule? In die Schule haben wir uns immer hingesetzt. In der Schule haben wir uns immer hingesetzt. Und dann, wenn es ganz ruhig war, saßen eine Freundin und ich immer da und haben einfach so gemacht. Und meinst du, den Lehrern ist aufgefallen, von wo das kam? Nee. Nee. Wir haben uns zum Tod gelandet. Das ist ganz schön gemein. Das müsst ihr auch mal probieren, aber nicht so auffällig. Ihr dürft halt nicht in euren Mund, da wegen einfach so... Zoe ist ganz schön gemein zu mir im Chat. Ich muss sie mal bannen kurz. Zack, time out. Zoe? Ja, Zoe... Was hat sie denn gesagt? Die sagt, alle Kinder pinkeln in die Tonnen, nur Tim sitzt drin. Jetzt bin ich ganz schön beleidigt. Boah. Ja, ja, ja. Wie gemein. Jetzt komme ich auch nicht mehr darauf wahr. Warum macht ihr denn sowas? Echt, nein. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ja, wir brauchen hier noch ein paar Armbändchen. Die hier vielleicht. Lili lol lolli, also ohne Herz. Ja, dann habe ich ja den richtigen genommen. So, du brauchst keinen Assess, das war's. Ich finde ihn gut so. Ja, das ist jetzt mein Look für dich und den nenne ich den. Dauer-Schleife. Ohoho. Dauer-Schleife. Zack. Sehr schön. Oh, sowas süß. Ja, ne? Ja, ne? Ein bisschen richtig süß ist das. Mach mal hier. Mach mal hier. Jenny... 452. Jenny 452. Ausrufezeichen. Ausrufezeichen. So, gib ihr mal ein... Wer geht's? Ein Wunschlussgeschenk möchte die Jenny. Ich glaube, ich habe gerade spezielle Grüße weggeklickt aus Versehen. Das passiert manchmal, wenn so viele kommt. Sorry. Die... Ups. Ups. Was bekommt sie denn von mir? Sie bekommt... Diese Frisur. Die habe ich nämlich auch schon mal gehabt. Die fand ich toll. War auch so eine Schleife. Dauerschleife. Tim, was machst du da immer? Nee. Hat ja mehr Hasenohren gezeigt bestimmt, ne? Hasenohren. Funny Girl XD. Ist sie das? Wird sie so geschrieben? Nee, zusammen, ne? Ja. Was soll ich dir sagen? Funny Girl Level 0. Das wird sie nicht sein. Nee, dann lass es weg. Der gute Böse haben wir ja schon gemacht, ne? Ja, genau. Ja. Mach mal Super und dann Hai-Bahn. Ha-A-Y-Bahn. Warte, ich lass mal so. Super Hai-Bahn hier. Hai-Bahn, genau. Dann hau mal einen Look raus. Look. Seht ihr? Ihr kommt alle dran. Ist das jetzt ein Mann oder eine Frau? Sorry, wenn ich dich jetzt beleidigt habe. Oh, ich like dich mal hier. Dank für alles. Fabi, meine Milchschnitte. Oh, Milchschnitte. Leck ich jetzt auch drauf. Oh, ja, lecker. Sollen wir uns gleich ein Stück Schokolade wollen? Miri, du tolle Schnute, du. Ich hab dich lieb, wird mir hier gesagt, von Aura Kitty. Aura Kitty ist echt ein toller Fan. Ja, die ist auch jedes Mal dabei. Es sind einige immer dabei, ne? Aber was ist mit euren Freunden los? Warum sind die nicht dabei? Heute ist schon besser. Vielleicht haben wir echt noch nicht die richtige Zeit oder es dauert einfach ein bisschen. Jeder Stream wird doch immer ein bisschen besser. Also wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, dürft ihr die gerne mal, wenn am Montag das Video von diesem Livestream online geht, unter das Video kommentieren. Genau, ihr könnt einfach mal Verbesserungsvorschläge drunter schreiben und nicht irgendwelche Wünsche. Das würde die Kommunikation sehr verbessern. Ja, naja. Komm, sei ehrlich. Ich bin ruhig. Was haben wir denn hier? Das hier vielleicht? Nee. Was nehmen wir denn? Die hier? Ja, die nehmen wir. Komm mal ein Schluck. So dringe. Ui. Bauchfrei. Wer ist bauchfrei? Du? Nein. Mach mal. So. Das ist doch schön. Tim, Tim. Ganz beger. Ich werde hier berufen, Tim. Vielleicht eine weiße Hose. Welche Sprachen wolltest du schon immer mal lernen? Ich wollte schon immer mal Spanisch lernen. Oh ja, ich kann sogar ein bisschen Spanisch. Miriam ist una chica muy bien. Garcias. Siehst du, hast du sogar verstanden? Ja, ich kenne auch ein bisschen Spanisch, aber nicht viel. Ja, sonst, was würde ich noch kennen können? Mandarinen wäre nicht schlecht. Echt? Ich würde gerne nur Spanisch können. Super High Yavan, die möchte auch eine FA haben, steht hier bei mir. Das hättest du ja früher sagen müssen. Ehrlich? Ja. Miletilimi hat gesagt, ich liebe dich. Hey Tim und Miri, würde mich so freuen, wenn ihr mir eine FA schicken könntet. Ja. Gucken wir mal. Ach so, ja. Aber ich habe eben nur gesagt, okay. Murat Kani, du kommst gleich dran. Wie nenne ich das denn? Tuchlook? Wie soll ich den Look nennen? Oh. Wo ist das? Ah ja, High Yavan ist super, okay. Super High Yavan. Ich glaube, die Lolli haben wir vergeigt. Jetzt sagt doch einer, das war die mit dem Herz. Na ja. Echt? Ja, da können wir jetzt auch nichts zu ändern. Jetzt noch eine FA. Tut mir leid. Ja, da muss ich aber nochmal suchen. Ach so, nee. Dann macht er mal. Nein, mache ich jetzt. Wenn wir schon dabei sind, dann mache ich das jetzt. Dann will ich jetzt gleich abhaken. Nachher ist es wieder. Ich hätte es vergessen. Nina, wir lieben dich auch. High Yavan. Und eine FA. FA. So, jetzt habe ich genug gesungen. So. Und ich muss jetzt mal mein Fame-Magazin nochmal kurz ausleeren. Damit ich mal Fame-Coin sage. Wow, krass. So, mein Fame-Coin. Ich habe es ja gerade erst ausgeleert. Ja, leere sie aus, die Coins. Lass mich mal hier in die Mitte ausfragen. Soll ich mal zu Miri kommen? Hallo. Mein Name ist Tim. Und ich mag Movie Tablet. Ja? Ja, ganz, ganz, ganz arg. So, ich habe jetzt die Fame-Rakete abgeschickt. Warum das so? Ja, weil ich die gut finde, die Fame-Rakete. Die ist super. Magst du die? Ja, die ist gut. Habe ich schon mal ausgeschnitten aus dem Spiel. Ah, still und fair. Kannst dich wieder zurücksetzen. Ich wollte nur kurz Hallo sagen. Du bist aber eigentlich ganz nett hier. Meine langen Haare. Sieht man mich überhaupt noch? Wüsst du, was wir mal machen können, was schon immer mal machen wollte? Was? Wie wollte ich denn immer mal bei jemandem, der keine Haare auf dem Kopf hat? Ja. Aber das können wir jetzt hier nicht machen. Nein, das geht nicht. Aber ein Bild machen, dass du dann den Kopf unten hast und ich mache meine Haare so drüber. Und dann sieht das aus, als ob du lange Haare hättest. Nein, meine Haare sind lange Haare. Das fände ich voll witzig. Ich würde Tim gerne mal mit langen Haaren sehen. Mit blauten, langen Haaren. Klar. Lux, sonst bin ich tot. Ja, photoshoppen. Ja, Emma. Da kann ich nichts machen. Photoshoppen. So, ich nehme jetzt einfach mal ein paar Freundschaftsanfragen an. Ich bin mal so verrückt. Ja, ach so, ja. Okay, dann schenke ich dir eine. Murat Kani 13. Nurat Kani 13. Ja, exakt. F-A-F-W-L-G. F-A und W-L-G sollst du bekommen. Und die F-A habe ich gerade vergessen. Ja, so schnell kann es gehen. Also, ich glaube, ich muss mich echt nochmal gleich neu einloggen. Ich weiß nicht. Das ist jetzt gerade wieder so ein bisschen langsam hier. Sie heißt Funny Girlie XD. Das haben wir doch eingegeben. Funny Girlie XD. Sie sagt das hier. Ich soll dir sagen, du hast sie falsch geschrieben. Wohin. Ich gucke gleich nochmal. Ja, ja. Mach erstmal Lister fertig und dann gucken wir gleich nochmal. Erstmal eine F-A. Ein Murat. Heißt er wahrscheinlich, ne? Mhm. So. Ja, Freundschafts-Frage-Stelle und ein Wunschlisten-Geschenk. So, du kannst keine Freundin mehr annehmen. Das heißt, du musst jetzt jemanden von deiner Freundesliste kicken, damit du mich annehmen kannst. Das hoffe ich doch. Bitte. Du bekommst hier dieses Champion-Oberteil von mir. Yes. Weil du ein Champion bist. So, und jetzt probieren wir das nochmal mit Funny Girl. Oh, was ist denn hier schon wieder los? Funny Girl XD. So, jetzt ist es wieder weg. Ich weiß echt nicht, was da gerade los ist. Guck mal. Funny Girl XD. Ihr habt Girl geschrieben und sie wird Girlie. Y noch. Y ist fertig. Ah, von Y. Stimmt, ich habe es wieder vergessen. Und dann auf mich schieben. Weißt du? Tut mir leid. Ja. Funny Girlie XD. Dann ist sie das hier. Ja, genau. Und was wollte sie? FA. Eine Freundschafts-Frage. Ja, schickt jetzt einen. Tut mir leid, Funny Girlie. Ich hoffe, du bist immer noch funny. Guckt bitte nervige Schwester-Teil 7. Danke, meine Sweeties Offline Online Chat aus. Alles klar. Sie schläft. Sie macht ein Nickerchen. Liegt in ihrem Bett. Und schaut sich ihre Augenlider von innen an. Okay, dann machen wir mal noch eine Runde Geschenke. Als Lückenfüller. Und mal ein bisschen weiter nach hinten. Zack. Okay. Ja, hier. LOL Milika 2002. Was schenkt die mir denn Schönes? Oh ja, jetzt sitzt da was wieder lang. 81 Leute. Siehst du, das ist richtig schön heute. Miau. Ja, das war das Geschenk von LOL Milika 2002. LOL Lieben müssen wir auch nochmal machen. Das wäre sonst echt schade. Ja, machen wir noch. Wir haben noch mal eine Zeit. Robert Shuffle Corp. Lili Loli, wir machen das noch mit dem Herzen. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. reden. Ach so. Ich höre dich gar nicht reden. Ja, ich höre mich auch nicht. Keine Ahnung. Und Medi 2 schenkt mir noch. Die Spannung steigt. Yeah, ein MSP Party Hat. Vielen Dank dafür. So, und jetzt. Ich soll Milly Little Me grüßen. Ja, bitteschön. Und, liebe Grüße an Stefan. Liebe Grüße an Stefan. Ähm, ja, ziehen wir dich hier erstmal aus. Lili Loll Lolli. Ach, ich finde den Namen so witzig. Es macht richtig Spaß, den auszusprechen. Sag es doch auch mal, Tim. Was? Ihren Namen. Lili Loll Lolli. Ja, ja. Das ist gut. Lili Loll Lolli. Das ist echt ein guter Name, oder? Gute Idee. Oh, das ist doch mal eine schöne Frisur hier. Die gefällt mir mit diesen zwei Zöpfchen. Du, du, du. Oh, hier. Zwei Herzchen. I'm Limited Edition. Das ist auch ein ganz cooles Oberl. Ich finde, die Farbe gefällt mir. Oh, ich kann noch einen Look machen gleich. Das passt so gut zu dem Haar. Ich mache da auch gerade einen Look. Ja, ich mache danach einen. Du machst noch einen Look. Okay. Uh, gleich mache ich noch einen Look. Das hier mit Glitzer könnte man natürlich auch mal überlegen. So ein Glitzer Glamour Look. Oder hier so ein Boyfriend Look. Habe ich auch schon mal gehabt, ne? So ein bisschen Blümchen Pupsi Keks. Eins, zwei, drei, einen Gruß. Der ist auch Pupsi. Ja. Pupsi Keks. Tim singt ein bisschen. Ich soll aufhören. Wisst ihr, was Miri mag? Ich zeige, ich mache es mal. Oh, da wird sie ganz böse. Miri mag nicht, wenn man pfeift. Ja. Weil das ein Ausdruck von Freude ist. Und Miri mag keine Freude. Nein, weil meine Mutter das immer macht. Und immer. Immer. Und dann sage ich immer, Mama, das nervt. Und dann sagt sie immer zu mir, traurige Menschen haben keine Lieder. Das ist ihr Standardspruch. Was hat das denn damit zu tun? Das ist doch kein Lied. Das ist einfach nur dummes Gefeife. Zassi Loba. Nervt das uns das nicht. Soll ich einmal grüßen. Hallo. Lady Da Cool. Soll ich auch mal grüßen. Also ich finde eigentlich für diesen Girlie Look schon ganz gelungen, oder? Fehlen da noch? Da muss gar kein Accessoire hin. Ja, die Schleife. Nee. So, mein Look ist fertig für dich. Liddy, lol, lol. Und du bekommst jetzt den Girlfriend Look. Girlfriend Look. Und ich hoffe, du machst ihn und er gefällt dir. Ich mache jetzt auch einen Look. Und Tim ist jetzt wieder dran mit Glück. So, dann mache ich schon mal einen Look. Und es heißt hier Wulffs. Kann es sein, dass meine Haare schon ein bisschen heller geworden sind? Wulff. Warum ist das A ohne S? Ach. Wulff. Tim? Ja? Kann es sein, dass meine Haare heller geworden sind? Das weiß ich nicht. Oh Mann. Ah, das wird sie sein hier. Genau. Hier, muss ich einen Look machen. Mal sehen, ob ich es diesmal hinkriege. Boah, seht ihr? Habt ihr den? Wui, was sind das hier denn alles für... Ja, das sind so Zeichen. Habt ihr gesehen, wie ich das professionell gerade gemacht habe? Schubi-Dubi-Dubi-Dubi-Dubi-Dubi-Dubi-Dubi. Cool. Servus. Telefoniert. Ja, telefoniert. Kein Bock mehr. Ich habe keinen Bock mehr. Also telefonieren. Oh mein Gott, danke. Oh mein Gott, they killed Kenny. Miri ist ein Einhorn. Tim, ich liebe dich. Ich liebe mich auch. So. Was ist das hier? Katzenohren. Der fernflüsterer. Der fernflüsterer. Der fernflüsterer. Der fernflüsterer. Oh, das mag ich. Mag ich das? Mag ich das? Mag ich das? Ich mag das. Ich mag das. Der, mein Lippe. Das ist ein bisschen sehr, sehr hart. Hey, Harry, etwas deiner Satz. Ich möchte auch einen Lippe von Tim. Oh mein Gott, danke. Wolf Blut MSP freut sich gerade, dass sie dran ist. Ja, das finde ich auch schön. Ich habe auch das die ganze Zeit gelesen. Ihr seht, ihr kommt irgendwann dran. Man kann halt nicht immer alle dran nehmen. Ist nicht so einfach. Oh, ich kann das gar nicht alles lesen. Ja, sag ich doch. Jetzt weißt du mal, wie es mir geht. Oder ich hatte eben so eine schöne Nachricht. Ich konnte gar nicht zu Ende lesen. Ja, man kann da irgendwie einen Slow-Mode anmachen. Dann kann man das lesen. Oh, ein schönes Röckchen. Ich mag ja Röckchen. Oh, das sieht süß aus. So. Miri trägt nur nie Röcke für mich. So. So, weiter geht's. Hör auf, nicht schlafen. Du sollst arbeiten. So. Sorry, ich wollte mal kurz ein Nickerchen machen. Naja, das denke ich mir. Ich bin hier voll am Look machen. Ja, da war's. Schöne schwarze Schuhe. Mit Gummistiefeln. Nee, jetzt lass mich doch. Okay. Mann. Echt. Schlimm ist das hier. Flamingo von Lisa. Hallöchen. Hallo. Yuwaki 132 99. Ich schließe mir wieder ein paar Namen vor. Schöne Hande. Leider cool. 1, 2, 3. Die hat mir auch vorhin spezielle Grüße geschenkt. Dankeschön nochmal. Snoopy, mein Frechdachs MSP. Mira, love MSP. Tazzy, lover. 1, 2, 3, 4. Vanessa, jemand. Katzen für 5. Sandy, MSP. Zoe X3. My Little Amy Pudel 2. Ich stehe jetzt einfach den Namen vor. MMSP. Blüm... Was? Blümchen Pupsi... Pups? Das ist ja ein Zungenbrecher. Du machst das ja richtig gut. Blümchen Pupsi Keks. 1, 2, 3. Hola, chicas und chicos. Miri, grüß mich bitte. Liebe Grüße an die Leider cool. 1, 2, 3. Hey, das ist ja furchtbar. Oh mein Gott. Henry und Tim. Pinker Cupcake. 2, 3, 4. Henry, meine süße Maus. Blümchen Pupsi Keks. 1, 2, 3. Oh, ist die hübsch geworden. Many 08... 08... Oh, Wolltblut MSP schreibt Tim ziemlich anders an. Hey, jetzt müsst ihr aber auch... Ihr wolltet von Tim Look und wenn Tim Look macht, dann... Ja, ne? Meine Traumfrau. Oh, Tim, ich dachte, ich war deine Traumfrau. Das dachtest du auch nur. Äh, bitte ein Löffel, meine Bio, Poo 02, Katzenbock 2001. Bitte schön. Jojo. Der Look ist fertig. Isabella 13799. Wo lösche ich jetzt deinen Movie Surprens Account? Ja, ich gehe ja schon wieder. Ich gehe ja schon wieder. Wir tauschen wieder. So. Ich will noch eine FA, sagt sie. Machen wir das noch. Kannst du das noch machen? Klar. Wolf? Ja. Wie heißt sie? Wolf Blut. Wolf Blut. Mit Doppel O. Wolf Blut. Das hier ist sie, ne? Ja. Ja. VIP. Und auch Judge und Salop. Was ist grün und klopft an der Tür? Okay, moine Irrung. Wer sich nicht? Hier wird richtig gespammt im Chat, he? Gespammt? Mhm. So. Das haben wir gemacht. Ich habe dir eine Freundschaftsanfrage geschickt. Jetzt mache ich noch zwischendrin mal eine Runde Geschenke auf. Und Tim, du bist dran. Mit was? Mit raussuchen. Hier, das haben wir auch schon. Das haben wir schon, ja. Ich gucke mal ein Forum noch mal an. So, schauen wir doch mal hier. Silver Snowy. Was schenkt die mir denn Schönes? Ein Breakdance-Banner. Den habe ich ja schon lange nicht mehr bekommen. Die habe ich letztens gezählt. Ich hatte 113 Stück oder so. Oh, ich habe AG und Kontrollen. Schwarz Boy 1212. Was schenkt der mir denn? Etwas Schwarzes vielleicht? MSP macht das wieder spannend. Ein Magic Ponyhorn, okay. Und Mause Kitty. Was gibt es denn von ihr? Hach, jetzt sitzt das wieder so langsam. Ja, das liegt an dir. Ja, an mir. Warum? Störe ich den Empfang, oder was? Ja, du störst den Empfang. Darum wird es liegen. Ja, also das ist jetzt mein letztes Geschenk, was ich aufmache. Ja, Mause Kitty. Chigalicious. Ja. Sieht gut aus. Ah, jetzt hier. Okay. So. Okay, Apfelbaum. Oh, guck mal, ich habe fast 100.000 Star Coins. Geiler. Warte, hier. Apfelbaum. Apf. Apfelbaum, gab es mal einen Laden hier in Karte. Der hätte dir gefallen. Apfelbaum. Oh, echt? Alles was er in so einem Schlagerschuppen. Ui, ihr guckt aber böse. Eine Freundschafts-Nachfrage und ein Autogramm. Apfelbaum. Weißt du, warum ich das so lustig finde? Ja. Wir haben früher, ich habe ja mal Judo gemacht, ne? So, und dann immer, wenn Kämpfe waren, also wenn eine Freundin von uns gekämpft hat, dann haben wir immer wie so Code-Wörter uns einfallen lassen. Und dann haben wir dann halt, anstatt den Namen von dem Wurf, haben wir dann immer Apfelbaum für einen bestimmten Wurf gesagt. Dann haben wir immer, mach Apfelbaum, mach Apfelbaum. Deswegen möchte ich da gerade an Apfelbaum denken. Sorry. Judo-Master. Ja. Mach Apfelbaum. So. FA habe ich gemacht. Ach, Autogramm. Shit. Ich bin auf Ebro 4 gegangen. Sorry. Sorry, Apfelbaum. War lauter Apfelbaum. AG hat sie geschrieben. Ist das Autogramm? Ja. Apfelbaum. Äh, ach so, jetzt habe ich das her... Ja, ich wollte mal sagen, denkt dran, nächste Woche ist der Livestream am Donnerstag und nicht am Mittwoch, so wie diese Woche. Sag mal genau, wo man den findet. Zeig's doch mal bitte, den Weg, wie man das macht. Wie man den Livestream findet. Wie man den Livestream findet. Okay, Moment. Ich habe jetzt ein Autogramm vergeben. So, dann zeige ich das mal. Man macht einen neuen Tab auf. Und gibt ein. Bei Google, ne? Ja, den gibt man ein. Braucht man gar nicht. Man kann einfach Twitch, fett spielen suchen. So. Und dann ist das gleich der erste Link. Da geht man drauf, fett spielen, Twitch. Und dann sollte da jetzt Miri erscheinen. Doppelt, doppelt, dreifach tausend. Ja, Achtung. Genau. Und hier könnt ihr dann auch uns, wie nennt man das, abonnieren hier? Oder nennt man das auch liken? Ja, abonnieren kann man den Kanal haben. Ich weiß gar nicht. Ja, da bin ich. Und man sieht meinen Pickel. Den sehe ich schon die ganze Zeit. Ja. Und jetzt seht ihr euch auch im Chat. Und die Werbung. Jetzt kommt die Werbung. Genau. Also. Seht ihr? So. Und hier könntet ihr jetzt halt entweder euch anmelden. Oder hier ein Follower. Genau. Werden. Ja. Muss ich sonst noch was erklären? Nö. Das ist schon ganz gut. Ja. Ja. So geht das. Ganz einfach eigentlich. Kannst du noch was machen bei dir? Ich habe jetzt hier gerade... Wunschlussgeschenk. Mach mal Wunschlussgeschenk noch schnell. Du kannst nicht so schnell. Komm, ich gucke im Chat. WLG. Ich nehme noch ein paar Freundschaftsanfragen an. Und zwar von süßerkeks11. Nehme ich die Freundschaftsanfrage an. Jetzt einfach so. Und Bruder vor Luder. Möchte mein Freund sein. Ja. Dann nehme ich da mal die Freundschaftsanfragen an. Deletes User. Ja. Die brauche ich, glaube ich, nicht mehr anzunehmen. Ausrufzeichen. Chrissy X3. Möchte meine Freundin sein. Nehme ich natürlich an. So. Weiter geht's. Betty 368. Herzchen möchte mit mir befreundet sein. Die nehme ich auch an die Anfrage. Loli Süß. Möchte meine Freundin sein. Wenn sie jetzt nicht verschwindet. Und Leila 8876. Möchte ebenfalls meine Freundin sein. Ist jetzt auch eine Freundin von mir. Nelly Herzchen. 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 XD. Ist auch eine neue Freundin. Von einer von meinen 2435 Freunden. Möchte meine MSP Mausi Maus. Alles auseinander. Und dann schickt man eine FA. MSP Mausi Maus. Ja. Schaust du nach meiner Mutschliste geschenkt, bitte? Finde ich jetzt gar nicht. Aber eine Freundschaftsfrage ist schnell verschickt, weißt du? Ja, aber sie will auch einen Look haben. Ach, sie will auch einen Look. Ja. Okay, dann bekommt sie den noch. MSP Mausi Maus. Ja. Kann keine Freundin mehr annehmen. Also das heißt, sie muss erst jemanden löschen. Oh. Schenkst du mir eben noch einen Schluck Wasser ein, bitte, Tim. Das wäre sehr nett von dir. M-S-O-K-E-T-8-1-6-7 will ein Wunschliste geschenkt. M-S-O-K-E-T... Also Look oder Wunschliste geschenkt? 1-8-7. Ach man, diese Namen. Das Problem ist echt, diese Namen sind halt auch sowas von kompliziert in den meisten Fällen. Ja, und da ist es schon weg. Kann halt nicht jeder Pupsi heißen, ne? Ja, stimmt. Okay. Ja, mach einen Look. Das ist doch alles da. Kannst du mir bitte noch mal einen Schluck Wasser einschenken? Ach so. Man schenke mir nach. Ja, ist klar, aber. Das ist ja nett, Tim. Danke. Sonst muss ich jetzt wieder Look-Aufstellung unterbrechen. Das klappt nie. Oh, das ist mir ganz gut. Dankeschön. Ja, bitteschön. Das ist mir eine Ehre. Wie gesagt, ich sag jetzt schon mal, seid bitte nicht traurig, wenn ihr heute auch nicht dran gekommen seid. Das ist ja nicht der letzte Livestream, ja? Also ihr müsst einfach nur ein bisschen Geduld haben. Wie gesagt, ich kann nicht alle auf einmal dran nehmen. Ich würde es gerne, aber es geht leider nicht. Und das kann man immer nur nach und nach machen. Und deswegen müsstet ihr euch etwas gedulden. Aber ihr könnt uns natürlich auch Fanpost schicken. Dann kommt ihr auf jeden Fall mal im Let's Play Together mit Fred und mir dran. Also das ist euch garantiert. Im Let's Show. Nein, im Let's Play Together. Im Let's Show wird natürlich auch euer Fanbrief gezeigt, klar. Aber im Let's Play Together kommt ihr dann auch auf jeden Fall dran mit euren Wünschen. Ja. Also, wenn ihr eine Fanpost schicken möchtet. Rumble Media GmbH, Kriegstraße 5 in 76137 Karlsruhe. Wir freuen uns auf eure Fanpost. So. Und sie bekommt jetzt dieses Kleidchen. Oh nein, das ist toll. Oh ja, das ist ja voll cool. Guck mal, mit diesem Kragen, der so hoch steht. Das finde ich total super. Ich habe noch eine Person. Warte mal bitte kurz. Und die Hotpants dazu? Ja. Könntest du ruhig auch mal anziehen. Ja. Eine Hotpants. Haben wir Emma MSP? Haben wir die schon mal dran genommen? Weiß ich ehrlich gesagt nicht auswendig. Rainbow heißt sie. Ich kann mir leider nicht alle Namen merken. Mach mal Rainbow Herz, bitte. Mach mal den Look fertig und dann mach ich das. Ja, dann lass mich jetzt mit der Look fertig. Ja, ja. Ja, aber es ist doch noch viel zu kalt, um noch Hotpants zu tragen. Hm. Also, ich habe selbst so vorhin gefroren. Mhm. Das ging gar nicht. Nee. So, die Schuhe. Oh ja, das ist doch cool. Guck mal, ich mag voll diese Weste. Da. Finde ich voll cool. Hätte ich auch gern. Macht so gute Möpse, das Oberklein. Oh, das Wort ist gefährlich. Möpse? Warum? Ich rede doch von Hunden. Ach so, stimmt ja. Ja. Was hast du denn gedacht? Hm. Ja, okay. Also, mein Look ist jetzt fertig. Mach mal Rainbow. Und der ist jetzt cooler. Black. And white. Look. So. Was haben wir denn jetzt noch? Rainbow. Aber kein Look mehr. Nein, Rainbow Herz. Die haben wir doch letztes Mal schon drangenommen. Nimm sie jetzt nochmal dran. Okay. Ei, ei, ist da. Gästebuch eintrag. Look, reicht nicht mehr Emma, das sollte reichen. Gute Möpse schreibt hier einer. Rainbow Herzchen. Ja, mach mal. Mach mal. Gästebuch eintrag. Ich schreib den. Komm, ich schreib den. Wir schreiben jetzt zusammen. Komm. Wir haben dich alle ganz doll lieb. Ja. Und bitte mache dir keine Sorgen mehr. Wir hatten auch jemanden Wunschliste, oder? Jeder kommt dran, auch wenn es mal ein wenig länger dauert. Es geht nicht weiter. Ach so. Hat er mich noch ein Wunschlisten geschenkt? Nein, haben wir nicht. Du musst das wegmachen. Ja, ich bin auch schon dabei. Du musst es langsam machen, nicht so schnell. Ich bin auch schon dabei. Und kein Hashtag oder sowas machen. Wird gleich gehashtagt. Oh, wie süß. Jetzt enter einfach. Zeig. Bitte schön. Und dann sagen wir auch für heute. Ja, wir hoffen, es hat euch gefallen. Ihr seid nächste Woche Donnerstag auch wieder dabei. Wie gesagt, nicht Mittwoch der Livestream, sondern Donnerstag. Ich habe euch ja vorhin gezeigt, wie das jetzt geht. Mit Twitch TV. Wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr natürlich gerne mal kommentieren und mich fragen. Auch unter anderen Let's Plays. Und ja, schaut doch auch mal auf mspfernseh.de vorbei. Ladet mal euren Look hoch. Geht mal ins Forum. Chattet mal ein bisschen mit uns. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und wir hören uns dann beim nächsten Movie Star Planet Let's Play. Bye, bye. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.